Diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Konzentrieren Sie sich darauf, die Mistkerle zu finden, die uns angegriffen haben. Sie haben ein volles Vertrauen. Ich werde sie finden. So oder so. David spricht in den höchsten Tönen von ihnen. Er sagt, sie sind bei der Detektivarbeit wie ein Hund mit einem Knochen. Armat, sie Femur auf Seraph Industries angesetzt. Ihr habt schlimmere Feinde als Femur. Wer sind die? Diese Männer. Sie kontrollieren globale Interessen. Sie sind ein Narr. Sie können sie nicht aufhalten. Megan stand kurz vor einer historischen Entdeckung. Ich liebe dich. Die Sache endet hier. Sie wissen mehr, als sie mir erzählt haben. Einige bleiben immer auf der Strecke. Das ist Evolution. Sie müssen mir helfen. Keiner könnte mehr berichten, was passiert ist.